einen wunderschönen dienstag willkommen zurück eine neue episode dead by daylight heute als survivor weil er ist wieder da der yogi bär hallo hallo er ist wieder einigermaßen fit er kann wieder schon wieder weil er sagt schon wieder wir haben gerade eben schon eine runde versucht zu spielen da war yogi dummerweise sehr früh tot da war es auch eine huntress und hier ebenfalls keller ist nicht in der check okay sie jagt immerweise jetzt die person darum wo ich machen will verstehe ich nicht und ich befürchte dass auch gleich die killer check down gehen wird das befürchte ich auch vor allem sitze ich daneben das nervt ein bisschen ich jetzt auch daneben da sitzt wahrscheinlich links davon bisher glaube ich keine palette wird wird oder ich habe auf jeden fall nichts gehört gut das heißt nichts ich habe jetzt nicht direkt auf mich zukommen da habe ich keine lust drauf die war eben noch neben mir macht er gut das gibt sie auch wahrscheinlich wollte sich neue äxte oder so wahrscheinlich holt sie sich gleich mich sie hat noch äxte und das macht er richtig gut es kann natürlich sein dass jetzt hier die hand ist extrem fertig gemacht wird vom matchmaking das hier 1a funktioniert wie man bei mir auch gesehen hat schade wenn ich näher gewesen wäre hätte ich versuchen können die palette zu trocken was für matchmaking hattest du ich habe rang 9 kinder gespielt und hatte drei rang dreier und ich glaube einen lieder rang rang 6 oder so ja gut das habe ich ja selbst mit 63 also krieren wenn es normales matchmaking okay das war lustig wie geil war das denn ich sitze an dem gen ach komm du musst retten gehen anscheinend abgerettet weiß ich sitze an dem gen ja dritt sie ich wollte eigentlich nur tappen damit ich ihn auch fertig kriegen kann den gen sie tritt ihn weil ich kurz losgelassen habe sie geht einfach weg ja und dann mache ich den gen halt fertig ich bin jetzt in einem dead zone das ist unschön hast du eine axt ja du hast eine axt oh ich weiß nicht ob der gehittet hätte ich glaube ich war schon in den stein rum aber okay zwei gens fertig eine gute chase von ihr der dritte ist auch gleich fertig sie kommt doch auf euch zu also ich gehe von stark von barbq aus ja sie guckt aber jetzt eher hier ich glaube sie sucht neue äxte die hätte sich auch da holen können ja sie holt äxte nein die darf sich auch mal äxte oder sie kämpft nicht nur der keller ist doch mehr schick sie hat jemanden gesehen das war ich verstehe ja nicht ja was versteht er nicht also ich glaube sie ist nicht so gut was ihre äxte angeht mich hat sie natürlich getroffen einmal offensichtlich ich glaube der zweite hätte nicht treffen dürfen ich glaube ich war schon um den stein rum aber okay ich komme mal zu dir gerannt ja rechts von dir ist aber auch die huntress mit dem random jetzt lauft ihr beide vor mir rum ja ich hätte nicht gedacht dass er direkt zu dir kommt samt der huntress sie hat nurses ja nice sie kommt zu dir nicht zu weit laufen sie kommt von der anderen seite ja der letzte denkt gar nicht dran zu kommen die versucht es ohne power time ist eine sensationelle idee aber ich habe decisive also selbst wenn sie mich jetzt gleich zu tode campt äh tunnelt hätte ich noch eine chance wieder raus zu kommen gut das ist ja dann schon mal etwas ja ja ich gehe erstmal weit weg von ihr mach das mal ich stehe hinter dem baum währenddessen jetzt müsste der random eigentlich ihn retten gehen ja der random steht hier neben mir an dem gen und macht den gen während sie jetzt kommt aber lieber in deiner richtung wird und wirft nähe zu dem anderen gen wirft ich weiß nicht genau was sie hat doch in meine richtung geworfen ist schon richtig jetzt rennt sie aber lieber wieder zurück zu dem der hängt das ist ich würde mal von norway ausgehen gefühlt ja das könnte durchaus sein jetzt holt sie neue äxte ich habe schon ein totem weg gemacht ich wollte es auch noch mal sagen vorhin in der runde hatte ich kein decisive dabei da wurde ich getunnel jetzt habe ich das heißt dabei und werde nicht getunnel ist ein bisschen blind das heißt dass das heißt bringt mir auch nichts bist du gerade vom killer gejagt nein ich rette gerade sehr gut wollte ich schon sagen gut ausgewichen aber der gen relativ weit sein wo sie dran saß ja ich bin daneben an einem gen was für eine horrorfigur wo einmal da rumgelaufen okay ich habe gedacht ihr werdet woanders mit ihr noch what the fuck warum trifft ihr denn auf einmal ja das ist das problem wenn man denkt der killer ist noch hinter mir und anderen her komm wir schaffen es noch um die ecke sie wird uns niemals finden wo ist der random tot der rennt durch die gegend oder sitzt am gen je nachdem wer du bist ich sitze am gen ja wir kommen in deine richtung der random ist links von mir im prinzip ich behaupte sie hat dich gesehen ja aber ich farm dich ab mit power time der random sitzt dann im prinzip und hau ab komm schlag mich ich bin tot ja ich habe zweimal gehangen mich hat keiner gerettet da war was warum kommst du mich denn retten warum rennst du mich einfach weg ja weil sie mich eh gesehen hatte die hätte mich gehittet der andere hat nichts gemacht anscheinend also rette ich so wenigstens dich noch und es muss nur noch ein gen gemacht werden also hoffe ich dass mein opfer erfolgreich war ich bin zwar wieder keinen schritt weiter gekommen in meinem archive aber ist ok rang 8 heißt fuck you naja guter name guter starker name und ich hab gediebt nice rang 5 endlich raus aus den red ranks der random wird gejagt und ist down ich heil mich mal das ist doppelt ungünstig sie hat barbecue und nurses wahrscheinlich auch wisst was war das standard set ist bei der huntress das hat jetzt nichts gebracht nope da ist keine palette ich würde auf das mitleid der killerin hoffen einfach da nicht wickeln vielleicht gibt sie dir die hedge gut oder hör einfach nicht auf mich ich höre nicht auf dich die heißt fuck you als ob du mir irgendwas gibt das ist wahr easy deep up nice obwohl ich hilfsbereit bin und gents gemacht habe ja das ist egal das ist egal das ist egal verbittertes gemurmel und tanatophobie ok kein whispers hat sie Glück gehabt direkt jemanden gefunden zu haben oh sie hat machine gun hunters gespielt piu 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 ja naja ich hoffe ihr hattet spaß habt ihr nächstes mal dabei bis dahin schönen tag und auf wiedersehen bye bye bye